letzten nicht letzte nacht letzten dienstag besser gesagt letzten dienstag nacht fand das tv-duell zwischen hillary clinton und donald trump statt wer eventueller weise als sieger herauskommt wer gut abgeschnitten hat das versuchen wir mal hier ein bisschen zusammenzufassen ja damit herzlich willkommen zu der tv thema am heutigen donnerstag ja wir reden heute über das erste tv-duell von dreien was hier jetzt natürlich stattfand das erste tv-duell zwischen hillary clinton und donald trump einer nacht von montag auf dienstag fand es statt und es gab natürlich auch sehr viele ja vorher schon so man will sagen so ein bisschen ja nicht die wahl aber schon so die vermutungen ja genau die vermutungen waren es wie man sagen würde wie würde donald trump abschneiden wird er viel lästern wird er wird er dieses tv-duell zu einer schlammschlacht machen wie wird hillary clinton sein da ganz steif als politikerin oder kommt sie doch noch als mensch rüber das sind so die fragen gewesen die natürlich das amerikanische volk aber auch die die natürlich außerhalb amerikas zugeschaut haben ich habe dieses tv-duell leider nicht gesehen aber ein paar ausschnitte die natürlich über den dienstag hinweg immer wieder im fernsehen zu sehen waren und natürlich auch im internet es gibt sogar auch noch wie soll ich sagen eine zusammenfassung auf unserer webseite das video ist dort zu finden von nbc news aber um natürlich auch direkt zu sagen um was es natürlich ging es ging generell natürlich auch um die zukunft amerikas arbeitsplätze so weiter natürlich aber auch um beispielsweise amerika in der außenpolitik und da haben sich natürlich viele viele klischees und natürlich auch wieder mal fakten und so weiter sind ja so auch dabei rausgekommen natürlich ist klar dass ja viele gesagt haben fakten wollen wir halt nicht haben nämlich generell bei der seite von donald trump und das ist halt natürlich dann auch wieder mal ein bisschen verhindert worden durch seinen vizepräsidenten also durch sein vizepräsidentschaftskandidaten bei trump nämlich mike pence und bei dem ersten direkten stritten sie sich auch über natürlich neben handeln und steuern natürlich halt über die themen in amerika aber auch außerhalb sprich aber auch um den thema rassismus und klinton blieb ja souverän trump hat er sich provozieren lassen und hat auch provoziert und es gab ja direkt nach dem tv-duell eine blitzumfrage ja 65 prozent 62 prozent besser gesagt von cnn sahen nämlich klinton vorne bei trump waren es nur 27 prozent trump machte einen teils aggressiven aber auch atemlosen eindruck als er ja die frage vom moderator lester holt dem anchorman der nachrichtensendung nbc nightly news geradewegs sagen wir mal beantwortete öfter fiel aber auch klinton ins wort also wie so ein kleines kind was er natürlich dann immer wieder gesagt hat nein das ist aber nicht so so ungefähr und klinton gab sich aber meistens ja auch gelastet versuch gelassen versuchte aber auch dann mit argumenten auch richtig überzeugen zu können und häuslich reagierte klinton auf tromps attacken einfach mal so du trottel so ein ja nicht so dass das sie gerade wie gesagt hat du trottel aber man weiß wie ich das wohl irgendwie so meinte so kann man das ungefähr sagen inhaltlich ging es aber bei unter anderem bei themen wie beispielsweise den kampf gegen den internationalen terrorismus aber auch beim handel und bei der integration der afrika afroamerikanischen minderheit natürlich aneinander so gab es beispielsweise die befragung zwischen den beziehungen zwischen schwarz und weiß man weiß ja in den in amerika ist ja in letzter zeit haben ja viele weiße polizisten öfters immer schwarze unschuldige schwarze erschossen was dann natürlich auch weiterhin diskussionen im land natürlich bringt aber es gebe klinton bezeichnete natürlich die beziehungen zwischen schwarz und weiß weiterhin als eine herausforderung der vereinigten staaten und mit blick auf die jüngsten vorfälle sagte sie das vertrauen zwischen den kommunen und der polizei müsse aber auch wieder hergestellt werden trump betonte aber das problem sei die abwesenheit von recht und ordnung wie er gesagt hat law and order wahrscheinlich spielt er wohl wohl eher auch die tv serie an man weiß es nicht genau aber er meinte wohl damit auch das mehr recht und ordnung natürlich gesagt gesetze sind gesetze das dann natürlich auch natürlich dabei ist unter anderem ging es aber auch selbstverständlich um den terrorismus wie unter anderem den kampf gegen den sogenannten islamischen staat hillary clinton tschuldigung leichter schnupfanfall naja wir müssen so sagen hillary clinton selbst sagte geht da wir müssen die luftangriffe auf den is intensivieren trump dagegen sagte man sollte aber hinsichtlich ihrer e mail affäre raus es werde seine steuerunterlagen erst weil es ging auch natürlich um ganz was anderes also im kampf gegen den is da hat ja donald trump ja angeblich auch ein plan aber wie er denn natürlich machen will das sagte er nicht da meinten ja natürlich auch viele er hätte kein plan jetzt ging es aber dann natürlich auch um gewisses thema wie beispielsweise die gesundheitszustand von hillary clinton ist ja auch dann ein thema geworden und trump meinte ja natürlich zu clinton sie wäre nicht in der verfassung sie hätte nicht die statur präsidentin zu werden sie war außenministerin sie war gouverneurin von new york und sie war außenministerin der vereinigten staaten also und da meinte sie natürlich ich und ja keine keine statur keine gesund gute gesundheit habe ich doch und außerdem ging es natürlich auch um die steuersachen in sachen donald trump so kann man das sagen so hat unter anderem trump gesagt ich werde erst meine steuerunterlagen veröffentlichen wenn clinton ihre e mails die sie gelöscht hat veröffentlichen lässt und ja das ist natürlich auch ein bisschen schlimm es könnte natürlich so weitergehen selbstverständlich und es ist auch natürlich so weiter gegangen hillary clinton hat natürlich so gesehen so gesagt natürlich auch ein bisschen viel getan aber man hat natürlich auch weiterhin in diese sache gezeigt clinton hat quasi nach umfragen nach blitz umfragen muss man sagen ja diesen direkten kampf ja gewonnen also gepunktet kann man sagen aber nicht gewonnen man muss natürlich auch deutlich sehen dass donald trump auch viele fehler gemacht wie beispielsweise clinton reingeredet insgesamt das hat die webseite vox vox.com nämlich gezählt 51 mal unterbrochen während clinton donald trump nur 17 mal ins wort gefallen ist ja das ist schon mal ein punkt für clinton muss man so sagen und man muss natürlich auch wirklich sagen dass es auch generell ein ein besonderer teil der wurde sehr oft immer wieder gezeigt und zwar nämlich ging es unter anderem um die bestimmung oder zustimmung des irak kriegs da wurde ja da donald trump ja angeblich gesagt er würde er wäre nicht der befechter also er hätte nicht gesagt so dementsprechend ich bin für den irak krieg clinton sagte natürlich und da gab dann auch trump den massenmedien ja die schuld dass ja dann behauptet wurde donald trump würde die würde den irak krieg unterstützen und der sagt die ganze zeit da so wrong immer wieder falsch 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 immer wieder reingeredet dass es halt falsch sei und geradewegs nicht zu einer richtigen präsidentschafts diskussion so gebracht hat sondern einfach nicht gewahrer gesagt hat nee das stimmt nicht das haben wahrscheinlich die medien behauptet und so einfach gesagt nee falsch so ungefähr und natürlich hat clinton danach direkt ja auch gesagt ein mann der durch eine durch einen tweet provoziert werden kann sollte seine finger nicht in der nähe der atom codes haben diese sorge sollte jeder haben und der galt ein bisschen alt entgegen entgegnete trump sagte natürlich es ist aber ein guter und beschreibt das problem gut ja nämlich man muss ja auch so sehen donald trump twittert auch sehr viel und lässt sich ja natürlich auch gleich provozieren und er hatte auch einmal gesagt wozu atomwaffen warum nicht atomwaffen benutzen wenn wir sie haben oder so also so ungefähr zu sehen um zu sagen natürlich klar ist clinton kommt natürlich mit den richtigen fakten trump versucht natürlich dort ein bisschen viel zu machen aber man weiß auch ganz genau und das hat man auch dann den amerikanischen volk auch ein bisschen so gefragt die sich das tv-duell angeguckt haben die gesagt haben okay wir haben dort zwei kontrahenten gesehen einer hat überzeugt oder eine hat überzeugt das war vorwiegend hillary clinton der andere donald trump konnte nicht richtig überzeugen und so war auch natürlich dann das netz dementsprechend vorbereitet beziehungsweise das internet das netz hat natürlich auch viel dazu geschrieben und da gab es auch sehr sehr viele tweets natürlich vorwiegend selbstverständlich natürlich ja sehr viele tweets und eine besondere sache ist immer wieder mit reingekommen das versuche ich mal zu zeigen falls es jetzt tonprobleme geben sollte entschuldige ich mich denn das ist am meisten dazu gekommen moment da wir haben wir den ton dafür nicht einen moment ja gleich habt ihr den ton dafür liebe freunde gleich habt ihr den ton dafür ich hoffe es funktioniert jetzt haben wir mal rein ja nämlich sehr viel sniffgate unter anderem hashtag kursierte im netz sniffgate so kann man das ungefähr sagen kursierte im netz und hat viel geschnieft natürlich gab es auch dann richtig böse bilder wie beispielsweise natürlich koks und allem möglichen natürlich und es ist natürlich sehr sehr schwer dass viele natürlich behauptet hätten dann es wurde auch oder donald trump selbst hat ja dann auch behauptet er hätte ein kaputtes mikrofon gehabt was natürlich auch sagen wir mal ein kompletter humbug natürlich war aber was soll man sagen das ist natürlich auch sehr sehr ja es werden verschwörungstheorien kommen wo man sich eigentlich wirklich sagen müsste nee nein danke das muss nicht sein warum wir eigentlich jetzt nicht generell jetzt in die richtig reingehen in die ganze sache ist und nicht ausschnitte zeigen ist ganz einfach ich will mich erstmal ein bisschen absichern ich habe das tv-duell selbst nicht geguckt ich werde auch die anderen beiden die am 9 und am 19 oktober stattfinden werden nicht gucken denn wir werden uns ja eher mehr mit der wahl befassen was natürlich auch sehr wichtig ist also bedeutet natürlich auch dass für uns auf die zahlen in diese richtung natürlich auch eingehen werden selbstverständlich auch muss man sagen dass sich viele auch sicher sind dass das trump dort natürlich sich nicht richtig vorbereitet hat clinton hat natürlich vorher natürlich alle szenarien abgespielt die trump natürlich machen konnte was natürlich ein vorteil wohl für sie war trump ging einfach wahrscheinlich augen zu und durch rein und hat sich halt nicht vorbereitet so richtig aber man wird natürlich die zweiten und dritten oder zweite und das dritte tv-duell sehen es gab es gab einen zuschauerrekord vorwiegend auch natürlich im netz auf facebook wurde es gestreamt auf youtube wurde es gestreamt und da gab es natürlich sehr viele muss sagen sehr viele großartige zuschauerquoten es waren jetzt halt nicht die 100 millionen aber es war eine menge und für die die sich dieses tv-duell nochmal angucken wollen halt im englischen original da verweise ich auf unsere webseite ja und natürlich auch auf youtube aber nicht auf unseren youtube channel sondern auf unsere webseite der echo tv.de denn da gibt es unter anderem die die berichterstattung von nbc unter anderem das sieht man hier us-wahl trump und clinton liefern sich hart geführtes tv-duell ein bisschen wurde was dazu habe ich dazu was geschrieben und hier seht ihr das dann das ganze natürlich könnt ihr auch generell starten ich weiß jetzt nicht ob es noch verfügbar ist es ist wahrscheinlich noch verfügbar sollte es nicht verfügbar sein schreibt es bitte unten in die kommentare auf derchotv.de dort ist es dann natürlich besser zu finden als würdet ihr das jetzt hier auf youtube schreiben außer hier funktionierte jetzt das ein oder andere video nicht was ich jetzt mal nur kurz gezeigt habe das eine video aber mehr auch natürlich nicht ich hoffe auch jetzt deswegen wird das video hier nicht geklämt für nicht monetarisieren oder so man kann es auch nicht genau sagen weswegen wir dann auch am 9. also beziehungsweise dann wohl nicht am 9. oktober sondern besser gesagt dann wohl am 9. oktober oh guck mal das ist dann ja ein sonntag der 19. ist dann wieder ein mittwoch das würde dann auch bedeuten dass wir am 20. oktober beispielsweise in einer thema sendung das dann natürlich noch mal mit reinbringen wahrscheinlich dann auch noch mal am 13. oktober also eine woche davor da wird natürlich wie schon gesagt seien die nächsten wochen hier bei thema werden sich auch vorwiegend um die us-präsidentenwahl drehen das ist natürlich klar das ist natürlich auch sache hier und bitte nicht wundern wenn es dann auf einmal irgendwie heißt du hast uns zu wenig informationen gegeben gib mal uns ein bisschen mehr infos zeigt mal ein bisschen mehr das ist wegen der einschränkung hier nicht wegen der technischen einschränkung sondern wegen der voraussichtlichen einschränkung natürlich klar ich will euch informieren das ist selbstverständlich klar wir werden das natürlich mal sehen außerdem versuche ich mir da die ein oder andere lücke auch zu finden um euch das auch ein bisschen live anzubieten also nicht hier direkt auf youtube sondern auf facebook wahrscheinlich da gibt es ja dann auch geradewegs die große diskussion was ich dann auch mal führen möchte weswegen dann natürlich wir auch schon am ende dieser heutigen thema sendung sind also wir haben es kurz zusammengefasst man braucht dafür jetzt nicht eine halbe stunde reden oder so aber wenn schon dann muss man sich das komplette tv-duell auch angeguckt haben ich habe es nicht getan ich habe eher gepennt was auch natürlich glaube ich besser war für mich für andere halt natürlich nicht aber was soll es weitere infos dazu wie immer auf unserer internetseite www.derchotv.de den link gibt es auch unten in der video beschreibung damit sind wir auch am ende dieser heutigen thema ausgabe kurze info vorweg morgen gibt es update politik am samstag gibt es den derchotv podcast und am sonntag update sport ich überlege geradewegs am samstag noch eine kurzfristige update mediensendungen mit rein zu planen wegen dem thema joyce denn da ist ja natürlich klar dass dort der neue inhaber von joyce einiges an scheiße gebaut hat er will es offen und ehrlich nicht zugeben aber er tut es natürlich außerdem wäre das natürlich eine diskussion wert wahrscheinlich wohl dann eher so eine diskussion in sachen talk mal gucken vielleicht würde ich da gerne mal jemanden oder zwei oder drei mal halt dazu bringen ein bisschen darüber aus dem nähkästchen zu plaudern wenn ich sogar auch noch aus der fan seite besser gesagt weil ich glaube so die verantwortlichen oder ehemalige verantwortliche von joyce zu finden wäre ein bisschen schwer ja egal das war es dann auch vom thema für heute eine kurze ausgabe ihr wisst aber natürlich mindestens 15 minuten sind drin ich bedanke mich fürs zuschauen nächste woche gibt es uns dann auch wieder natürlich wie immer jeden tag hier auf youtube vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns tschüss